Da muss ich jetzt erst mal gleich das Feld erweitern. Melvin, wie weit bist du? Ähm... Ja, äh... Ich mach grad Zäune für... Für was? Für ein bisschen Unterblums. Ei? Ja. Unterbl... unten benutzen wir weiter Spurisch Worte nach. Unten kann ich mir das probieren. Wie mir gestern. Ups, zu viel abgebaut. Achso. Muss ich auch mal sein. So... Golden Lasso. Äh... Ausgleich brauchen wir eben deine Helfer. Mach an. Mobfarm. Krass jetzt. Ich werd das... Nicht... Na... Ich werd das Ding jetzt gleich aufmachen. Oh. Hab ich alles... Vorsicht. Zwei, drei, vier... Ich brauch jemand der mir hilft runter zu locken. Oder alles weg zu sprengen. Weg. Kommt. Kommt. Kommt meine Freunde. Und ihr seid doch alles mit die Leute. Melvin, wie viel XP hast du? Ein. Gibst du mir den? Warum? Ich brauch einen für den Golden Lasso. Damit ich meine Tiere transport... Aber noch nicht die einen. Doch. Ich brauch acht und sieben hab ich. Ich muss halt irgendwie meine Tiere transportieren. Wie soll ich sie dir übergeben? Ich komm dich töten. Äh... Wollte man sich schon bis... Also... Ich brauch halt wirklich noch diesen... Ein XP. Dann kommst du uns... Oh naja... Geht grad keinen Weg rüber mehr. Wie? Es gibt keinen Weg rüber mehr. Ja, wir haben keinen Weg mehr zum... Also... Ja, doch. Über... Äh... So, bei euch. Äh... Äh... Kein Tor... Keine Strafe... Nein... Ich brauch einen XP... Du kommst aber gar nichts... Oh nein! Er kommt... Er kommt... Geh weg... Geh... Raum bis... Melvin... Bist du schneller als ich? Ja... There's something... Ich hab ein Opfermesser! Ich hab ein OP-Goldapfel! Ja... Messer! Bist du mich verarschen? Du hast nicht mal ein XP gedroppt? Hä? Boah... Das Ding ist nicht... Das Schlimme ist nicht, dass du nicht gestorben bist oder so... Nein, nein, du hast keine XP gedroppt... Du kannst dich nur wagen... Äh... Melvin, du weißt, dass ich da lang muss, um nach Hause zu kommen? Ich werde doch meine Squid-Farm benutzen! Hey! Unsere Mob-Farm ist jetzt vollautomatisch! Hast du unten Stacheln reingesetzt? Ja... Ich hab jetzt grad alle unsere Diastra dafür aufgebraucht, weil ich die einfach weg genommen hab... Eik! Ja, Melvin... Lass es! Alle sind die stärksten! Ja, also... Wer weiß, ob du das bereuen wirst! Ich mein, vom Effekt her sind's die stärksten! Weil die geben auch Player-Only-Drops! Oh, Tarox hat Kuchen! Ich hab dir doch vorhin ohne Kuchen gebracht, aber ich hatte dann auf jeden Fall Hunger! Wann hast du mich? Wann hast du meinen- Hier, einen Kuchen! Ich werde ihn jetzt ohne dich essen! Ach... Höh... Was! Höh... 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 Ja, wir haben uns aufgehalten. Vor allem oben steht noch ganz groß Hilfe. Die kommt zu spät. Ja, kommt jede Hilfe zu spät. Äh, Ike, du wolltest was, um deine Mops transportieren zu können. Äh, ja, ich hab aber schon gleich ein Gold oder so. Nee, brauchst du nicht mehr, ich hab grad aus der Lootback das perfekte Item bekommen. Hoi. Oh, so'n Ding hab ich auch. Du lösst dir durch, was es macht. A right click mobs, pick them up. Entweder du musst es als Rucksack, also als Chessplay tragen oder einfach in der Hand halten. Aber ich glaube, das würde funktionieren. Ich versuch das, ich hab zwei Stück davon. So, Günther. Warte, ist grad jemand umsonst gestorben? Hm. Vielleicht auch. Melvin... Was ist das? Also... Darum muss ich den Screenshot machen. Hab ich auch grad gemacht. Das wird ein Thumbnail einer Folge, auf jeden Fall. Ich muss mir merken, als... 21, 22 ist dann Folge 23. Ich hab ein Schweinchen auf dem Kopf, ich bin der Eid. Ja, das muss ich jetzt aber auch. Der Schweinchen auf dem Kopf, er ist ein Döner. Vor allem... Zum Glück ist nicht Animania hier drauf. Wo der Männchen und Weibchen hasst. Das wär ein bisschen eklig. Ohohohoho. Stimmt, da gab's ja männliche und weibliche Tiere dann immer. Hier... Na, wo bist du denn, Melvin? Du wolltest das doch sehen? Ne, warte, ich hab... Ich hab das Screenshot jetzt gerade, schicke ich hier in ein Bild des Tages rein. Sooo... Das sieht so bescheuert aus. Ausziehen wahrscheinlich? Ja. Cool. Warte, du hast hier Gras. Du hast Gras-Siez. Ich hatte. Das war der letzte. Ich muss jetzt wieder welche besorgen. Hm. So, das Schwein hat wenigstens noch Gugel-Augen. Grrrr. 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 Äh. Das ist aber ein bisschen verbackt, oder? Grrrr. Grrrr. Warte? Guck mal die Gugel-Augen an. Grrrr. Sie hängen in der Luft. Die hängen es einem nicht. Ja. Ja. Ich dachte, du meinst das mit dem, äh, 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 hier mit der Gießkanne ist verbackt. Okay. Okay. Ausziehen. Stimmt. Aaaaah. Grrrr. 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 Oh, wow, wenn dein Grab war leer. Hä? Achso, da unten. Ach, war das das, wo ausweisend die Brücke verschwunden ist? Ja. Warum wohl? Ich kann mich eigentlich auf meinem Grabladen und da weiterbauen. Dann kann ich das hier auch wieder wegmachen. Und da hin. Ich brauche Gold, geht nicht anders. Ich brauche Erde. Ne, warte mal, Gold, bin ich bescheuert. Eisen. Ich kann gerade sagen, Gold kann ich dir nicht mitzuwerfen. Eisen. Ich brauche für das Dingsbums hier Eisen. Komm, ankommen, Lootback. Silber und Obsidian, perfekt. Was, brauchst du Silber? Ne, Obsidian. Ich habe unten Obsidian-Produktion. Ja, ich weiß, haben wir so gesehen auch, aber ich bin immer zu faul, Obsidian selbst nachzuproduzieren. Das läuft bei mir alles automatisch. Du weißt, wie man das automatisiert, oder? Ja. Gut, und warum machst du das nicht automatisch? Ich muss es schauen. Du bist so faul, ein, zwei Barrels zu setzen, Wasser drüber und ein paar Itemleitungen dran zu machen. Okay. Ja. Für Tyrox 2. So, warte mal. Das heißt, du gehst es dir also erfarmen. Ja, ich mach die Pessie. Okay. Aber Melvin, ich habe jetzt echt mal ein Geschenk für dich. Ich will jetzt echt mal hier und so sein. Ich bring dir aber noch was anderes mit. Das da. Würde nicht so ein Tyrox zwischen uns sein, würde ich eine TNT-Kanone bauen, zwischen Melvin rüber und sagen, ich habe auch ein Geschenk. Macht dir an sich nichts kaputt. Wie mit dem Lloyd-TNT. So, genau das. Melvin, ich komme und wehe, du machst irgendwas. Oh, ich muss was essen. Ich habe so gutes Zeug im Inventar. Ja, also. Oh. Das ist eine Aufforderung. Wie kannst du dich töten oder so? Melvin, ich kenne ich. Ich lasse euch, bitte schön töten. Ich habe doch nichts. Wenn ich sage, ich komme, geht die Brücke auf einmal weg. Oscar, wenn du eine Hake suchst, da ist, du brauchst keine mehr. Oh, das geht noch schön twirken. Nein, ich habe eine Obsidian-Hau im Inventar. Also, ich muss sagen, das sieht recht interessant bei euch aus. Man könnte denken, das ist ein Pilz. Oh Gott, das ist leck. Äh, Dings? Eure Halbkugel da oben. Ja? Nein, das ist wieder ein Riesenbaum. Schon irgendwie, ne? Das ist recht interessant, also. Ach, und Melvin. Was? Bau doch einfach bloß den untersten Holzblock ab. Der Rest verschwindet dann von alleine. Wenn ich den unten... Dann passiert nichts. Melvin. Ja? Guck mal deine Axt da. Genauso, wenn ich jetzt das hier mache. Pass auf. Guck. Ja, äh, wo hast du dein Aorexcavation? Auf welcher Taste? Mein was? Geh mal bei den Options rein und bei den Controls. Wie soll ich mit dieser Antwort berechnen, Ike? Kein Wunder, warum das bei dir so lange dauert. Dann gehst du einmal bis fast ganz nach unten. Da steht irgendwo Aorexcavation. Und warum bist du runtergefallen? Ich habe kurz, bevor ich den Boden berührt habe, N gedrückt. Oh, wow. Hast du es gefunden, Melvin? Excavate. Genau, und bei Excavate nimmst du zum Beispiel jetzt eine Taste, die bei dir nicht belegt ist. Bei mir ist es zum Beispiel auf F und wenn ich die dann gedrückt halte und was abbaue, verschwindet alles. Deswegen ist der Baum und die Liefs Instant weg gewesen. Das ist wie Weinmeiner. Ach, verdammt. Auf G war schon was. Nee. Mach ich das auch mal auf F? So, ich öffne bei dir ein paar Lootbags. Okay. Die Pilze behalte ich. Die Sherrod Bricks auch. Kann ich nur nicht F machen, Tom. Dann mache ich es eben. Was denn? Ich brauche ein Gras. Wofür? Diese Hühnchen-Mott ist drin. Ja, aber leider nicht die Wooster. Okay. Wodurch es wieder echt langsam ist, die Hühnchen zu fahren und alles. Gut, da kann man sich doch noch sparen. Mhm. Meinst du, sonst hätte ich mich nicht schon die ganze Zeit nur noch darum gekümmert? Ja. So, also, Maven, erstmal hier. Was für dich? Eine Ausrüstung. Was ist das? Ein Banner, die habe ich gerade aus den Loot-Droops bekommen. Oh, ich habe hier noch zwei. Okay, das ist gut. Ein königlicher Bett. Ist er ja nicht. Ähm, dann noch einmal das hier. Jetzt habe ich auch den Lassau-Experience-Ring bekommen. Das war die Reichweite zum einen. Ja. Dann, hier ist auf jeden Fall was für dich. Guck mal nach unten. Wir gehen jetzt mal kurz einen runter auf Sky-Ein-Channel. Okay. Guck hier mal bitte nach unten. Musst du gemoved werden? Ja, so. Wofür brauche ich das Ganze? Guck mal, hier hast du dann die erste Sherrod Briggs für den Ofen. Dann hast du hier noch was zu essen. Ich kann gar nichts mit Tinkers-Kanzler-Schrift anfangen. Ich habe da früher schon Probleme mit. Die Schmelze... Was ist die Stonewound? Äh, es ist Bilderswound. Gibt es als Stein, Steineisendier und ich glaube auch noch als Emerald. Das ist eine Schaufel. Ja, das... Äh... Ich wollte es dir nur mal gesagt haben, weil du Steinabbauung fielst. Stopp. F-Gedrückt halten. Ich riskiere es. Äh... Äh... Warum? Apropos... Äh... Da reden wir dann in der nächsten Aufnahme drüber. Ich bin ein Rockstar-Dance-Dance-Till-I-Drop. Mein Lauf ist es hart. In der Homöpistik-Lub. Nostate ist der Dance-Lub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017